Ja, liebe Leute, die Kleinen und die Großen und alle dazwischen und die mit Kluft von den Rangern und die ohne und alle, die zum ersten Mal da sind und die bei YouTube das vielleicht jetzt dann anschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, auch bei mir ist es mal passiert, schon ein Weilchen her, vor 42 Jahren hat es mich erwischt. Da braucht man auch hier irgendwie genau. Vor 42 Jahren ist es tatsächlich passiert. Da ging es los bei mir. Damals in Ottoboyern bin ich in die Schule gekommen und ich kann mich noch gut erinnern, heute im ersten Gottesdienst waren noch ein paar Erstklässler dabei, einer, ja. Und ich weiß noch, wie das war, der erste Tag in der Schule und dann auch Wechsel in andere Schulen wegen Umzug oder weiterführende Schulen oder auch, wie die, die gerade hier standen, der Start im Ausbildungsbetrieb in der Lehre und dann später der erste Tag im Studium. Und ich glaube, ganz viele hier, wir könnten ganz viel erzählen, was wir da so alles erlebt haben. An schönen Sachen, an coolen Sachen, auch verrückte Sachen zum Glück und Interessantes, aber auch Bedrückendes und auch Herausforderndes. Jesus könnte auch viel erzählen von dem, wie es bei ihm war mit der Schulzeit. Das war so ein bisschen anders als bei uns. Wir wissen nicht so viel, aber wir wissen bei Jesus, es war nicht so wie bei uns, wo der Staat sich so darum gekümmert hat, möglichst gut um die Kinder das irgendwie hinzukriegen, dass wir alle was lernen, sondern Jesus hatte Homeschooling. Nicht wegen Corona, sondern weil das dort so üblich war. Das heißt, er hat zu Hause gelernt bei seinen Eltern. Und da hat er die wichtigsten Sachen mitgekriegt, die haben sie ihm beigebracht. Dinge so für den Alltag, für zu Hause, wie das läuft, Weisheiten fürs Leben. Alles Wichtige über Gott hat er mitgekriegt und er hat zu Hause gelernt, das heißt, er wurde zu Hause ein richtig guter Zimmerer. Und wir wissen auch, dass Jesus Lesen und Schreiben gelernt hat und dass er sehr belesen war und sehr clever war. Wir wissen es deswegen, weil da gibt es eine Geschichte, die wird erzählt. Er war mal mit seinen Eltern zu Besuch unterwegs in der großen, großen Stadt Jerusalem und auf dem Nachhauseweg haben die Eltern gemerkt, ups, wo ist der Jesus? Den haben wir schon wieder irgendwo bei der Autobahnraststätte verloren. Nee, so war es nicht. Irgendwie war der nicht da und sie sind dann wieder zurück und haben angefangen, ihn zu suchen. Und sie haben ihn gefunden, den Jesus, er war zwölf Jahre. Sie haben ihn gefunden im Tempel, wo er clevere und neugierige Fragen stellt und redet mit den ganz oberschlauen Lehrern und sich mit denen unterhält. Und wir wissen nicht ganz, ob das so war. Das Bild ist auch älter und hat irgendeiner mal gemalt. Was ich cool an dem Bild finde, ist zum einen, der Jesus, wie er da steht, der kennt nichts, der stellt seine Fragen, der redet mit denen. Was ich auch cool finde, ist diese oberschlauen Lehrer, wie die sich wirklich Zeit nehmen und mit dem kleinen Jesus, mit dem noch jungen Jesus reden und mit ihm diskutieren. Das finde ich cool. Ja, Jesus findet Lernen gut und er will, dass wir lernen, dass wir lernen und wachsen. Wir sind so geschaffen. Bei uns fängt Lernen schon an, vor der Geburt, schon im Bauch der Mutter fangen wir schon an, das eine oder andere zu lernen und wenn wir dann rauskommen, auf die Welt kommen, geben wir richtig Gas, lernen ganz, ganz viel und das hört hier nicht auf. Wir lernen und wir haben zu wachsen bis zum Schluss, bis wir dann irgendwann zu Gott gehen. Und deswegen ist das Thema heute für alle. Unser Lernen, unser Wachsen in der Schule und im ganzen Leben. Drei Dinge, die wichtig sind zum Lernen in der Schule, in der Ausbildung, im Studium und im restlichen Leben. Das erste, Lernen muss Spaß machen. Es muss Freude machen. Wir lernen am besten, wenn wir Freude haben an dem, was wir tun, was wir lernen. Und wir lernen in der Schule sehr viele tolle Dinge. Wir lernen lesen und schreiben und rechnen. Wir lernen, wie das alles funktioniert bei den Pflanzen und bei den Tieren und bei den Menschen. Wir lernen irgendwann, wie die ganzen Maschinen, wie da die Dinge so funktionieren. Wir lernen, schöne Sachen zu gestalten. Wir lernen, wie wir uns gut und schnell bewegen können. Wir lernen, Musik zu machen. Wir lernen, wie so die Menschen und die Völker die Geschichte bestimmt haben und immer noch bestimmen. Wir lernen, darüber nachzudenken, wie das alles so ist. Und wir lernen, wie wir mit Leuten aus anderen Ländern uns irgendwie unterhalten können. Und es ist wichtig, dass wir in der Schule drauf schauen, wirklich, was gibt es da alles Tolles zu lernen. Und das Gleiche auch im Leben. Dass wir schauen, was gibt Gott uns Gutes. So gut wie egal, was sonst so passiert im Leben. Gott gibt uns gute Dinge und wenn wir darauf achten, wenn wir sehen, was Gott uns alles gibt, dann merken wir auch, wie wir beschenkt sind und dass Gott da ist. Und wir lernen das, wenn wir dankbar sind. Und deswegen heißt es in dem Psalm 9, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle von allen deinen Wundern. Und deswegen ist wichtig, in der Schule drauf zu schauen, was läuft gut. Am besten beim Diktat nicht schauen, wie viel Fehler, welche Wörter falsch waren, sondern alle Wörter zählen, die richtig waren. Einfach auf das Gute zu schauen. Das ist die Schule bei uns manchmal so ein bisschen schwierig, weil sie eher Fehler sucht, aber immer wieder schauen, was kann ich, was läuft gut, was hat mir Gott gegeben. Das Zweite. Die, die in der Schule sind oder waren, die wissen es, es ist nicht alles so einfach, wie auch im restlichen Leben. In der Schule, da gibt es Aufgaben, oh, die sind schwierig und wie soll das gehen und man sitzt davor. Oder sie sind riesengroß irgendwie, zwei Seiten Vokabeln jetzt in den Kopf reinbringen, keine Ahnung. Oder vielleicht bin ich in der Schule nicht mitgekommen, was der Lehrer da erklärt. Vielleicht war es einfach auch nicht interessant oder es liegt mir nicht. Vielleicht war aber auch das Schwierige die anderen Leute, die Klassenkameraden. Es ist hart, wenn man ausgegrenzt wird. Wenn man beschimpft wird, vielleicht sogar verprügelt wird. Es ist hart, wenn man Ungerechtigkeit erfährt und das kommt auch vor, eventuell hier und da in der Schule. Und auch im Leben ist es herausfordernd und kommen wir an Herausforderungen. Das können die Eltern sein, das können auch die Kinder sein, dann wieder andersrum. Es sind die Herausforderungen, die Gott uns gibt durch den Ehemann oder andersrum durch die Ehefrau. Vielleicht auf der Arbeit, die Kollegen, die Aufgaben. Wir kriegen relativ viele Herausforderungen in unserem Leben. Und zum Lernen brauchen wir Herausforderungen. Wir brauchen Herausforderungen in der Schule, damit wir wachsen. Wenn wir unsere Muskeln nicht bewegen, dann werden die eher schlaff und werden nicht stärker. Wenn wir immer die gleiche Rechenaufgabe rechnen, werden wir halt einfach nicht besser im Rechnen. Und deswegen kriegen wir in der Schule, in der Ausbildung Herausforderungen. Und deswegen kriegen wir auch im Leben Herausforderungen, damit wir dran wachsen. Und das heißt im Rehmer 5, wir danken Gott für die Schwierigkeiten. Weil sie bewirken, dass wir Geduld bekommen. Die Geduld aber, dass wir uns bewähren. Die Bewährung aber, dass wir Gott vertrauen. Gott gibt uns diese Herausforderungen. In der Schule, zu Hause, in der Ehe, auf der Arbeit. Damit wir dran lernen und wachsen. Und unsere Aufgabe ist, wie gehen wir damit um? Unsere Frage darf gerne sein, Gott, was willst du mir mit der Situation zeigen? Was willst du, was ich mache? Damit wir wachsen und vorangehen. Was ist das Dritte zum Lernen? Das Dritte ist, wir können nicht immer nur lernen. Immer Herausforderungen ist zu viel. Deswegen brauchen wir Pausen. Wir brauchen Pausen. Wir brauchen vielleicht auch Hilfe. Wir brauchen ein Vertrauen, dass es auch mal reicht und auch einfach mal gut ist. Wir brauchen beim Lernen Pausen. Bei den Hausaufgaben ist es wichtig, nach einer halben Stunde, spätestens einer Stunde, einfach mal fünf Minuten Pause. Nicht ins Handy gucken, sondern raus, um den Block rennen, Gehirn wieder wach machen, schauen, dass da wieder ein bisschen sich was lockert. Wir brauchen es, dass wir nach der Schule, wenn wir nach Hause kommen, Schulranzen in die Ecke pfeffern. Vielleicht nicht pfeffern, weil dann die Eltern schimpfen, der hält dann nicht so lang. Also wir legen den in die Ecke und dann einfach mal was anderes machen. Rausgehen, Musik machen, irgendwie mal abschalten. Wir brauchen es bei Prüfungen am besten, dass wir uns am Tag vorher gar nicht mehr damit beschäftigen. Dass wir da mal einen Break machen, dass wir da uns eine Ruhezeit gönnen, damit sich die Dinge sacken können und nicht bis zuletzt lernen und dann gerät da oben alles durcheinander. Und so brauchen wir auch Pausen im Leben, in den Dingen, wo wir zu lernen haben, in den Herausforderungen. Dass wir zur Ruhe kommen und dass wir zu neuer Kraft kommen. Und deswegen sagt Jesus, kommt alle zu mir, die ihr kraftlos geworden seid und voll beladen seid mit all diesen Herausforderungen. Ich will euch Kraft geben. Das heißt, dass Jesus dabei ist in der Schule, in der Ausbildung, im kompletten Leben. Und er weiß, dass wir irgendwann auch an Punkte kommen, da können wir nicht. Er will dabei sein, er will uns die Kraft geben, die Herausforderungen zu meistern. Und er will auch uns stärken, dass wir auch Pausen machen und dass wir das mit ihm zusammen machen, um dann wieder weiterzugehen für das Nächste. Und Jesus möchte gerne, dass wir das mit ihm machen, darum lädt er uns ein. Und er hat mit jedem von uns was vor. Vor der Schule, in der Schulzeit, bis zuletzt, bis wir zu ihm kommen. Er hat mit jedem was vor. Und es gibt keinen hier, mit dem Gott nicht irgendwas vorhat und einen Plan hat und gute Gedanken hat. Und die Frage ist an uns, ob wir bereit sind, das anzunehmen und ob wir den Weg gehen und ob wir uns das geben lassen. Amen. Amen. Amen.